Grüezi Yvonne, hier spricht Ueli Lochbrunner aus dem Rheintal aus der Schweiz. Heute spielt die Schweiz gegen Ecuador im ersten WM-Spiel und hat mir schon diese Fahne hier. Das ist doch super. Und die Einkaufstasche hat mir eine Freundin vorbeigebracht in meinem Bestattungsinstitut. Ich finde die Farbe sehr lebendig. Ich habe gehört, gestern hat Griechenland gegen Kolumbi verloren. Das ist natürlich schon bitter für meine griechischen Freundin. Wissen Sie, warum die Griechen gestern verloren haben? Wissen Sie, wer schuld ist? Die Kolumbianer? Ich weiss, ich weiss, es ist gemein. Wissen Sie, aber sie haben eben keinen Shaquille im Sturm und auch keinen Inger und eben auch keinen Shaka und eben. Da spielen eben nur Griechen. Das kann ja gar nichts mehr. Nein, wissen Sie, nein. Ein bisschen neutral muss ich ja schon bleiben. Auch wenn mein Herz für die Schweiz schlägt. Und ich denke, heute darf man schon mit gutem Gewissen schwarz-rot-weiss denken. Und mein Tipp für heute ist... Die Schweiz gewinnt 1-2-1. Abschieds!